ich brauchte mal wieder jede menge karten und da habe ich mir gedacht ein neues produktpaket eine neue produktreihe bietet sich dafür doch absolut an und warum lasse ich dich nicht mal über die schulter schauen so mittendrin wenn ich mein designer papier verbastelt und zwar ist die neue produktreihe aus exklusiv online faszinierend floral das sind die blätter und vielleicht sind da so ein zwei drei tipps dabei wie ich da im basteln oftmals vorgehen nicht immer man muss ja immer alles gleich machen aber oft mache ich das so sind also 48 papiere in vier designs und zwar doppelseitig designs das heißt kannst du dir ja ausrechnen wie viel verschiedene designs du hast ich nehme das paket und teil mir das erstmal vier kleine haufen damit ich jedes design ausreichend immer wieder da habt zum zeigen und zum basteln und hast du nicht gesehen dann habe ich eine serie beiseite gelegt das ist diese hier und dann habe ich gleich mal eine serie genommen bevor ich mich an die karten gestürzt habe das designer papier ist so cool und vielleicht kennst du schon mein mini album meine idee mit dem gut und schnellen basteln eines mini albums mit einsteck fächern sogar kommt noch ein umschlag außen drum wie das geht verlinke ich dir da bei dem kannst du dir gern anschauen habe ich in verschiedenen varianten schon gemacht man kann das auch erweitern ja das ist also schon mal aus der zweiten serie und dann hatte ich zwei serien zur auswahl und habe gedacht okay da mache ich jetzt erstmal jede menge karten habe mir die grundform an karten aus farbkarton zugeschnitten der in dem designer papier ja drin vorkommt jedes mal in den maßen 14,8 x 21 cm wenn ich square haben wollte und wenn ich so zum aufstellen haben wollte dann habe ich das blatt längst geteilt bei 10,5 und mittig bei 14,8 und schon war die karte fertig grundkarten waren also fertig dann habe ich mir mein designer papier genommen und von jedem bogen ein stück abgeschnitten in zehn mal 14,3 cm das war dann so siehst du gleich das was ich als nächstes erzähle also in zehn mal 14,3 und dann hast du eine schöne mattung die kannst du eigentlich schon auf deine papiere aufkleben als eine schöne auflage die kannst du auf deine papiere aufkleben und bei diesem tollen design braucht es da schon gar nicht viel siehst du ja schon hier ja wer die erste idee du kannst auch bevor du es auf klebst ein band drunter wickeln dass du hinten befestigt ist die nächste idee und dann einen spruch drauf und fertig ist das dann ist mir natürlich beim zuschneiden wie sich das so gehört auch ein fehler passiert ich habe mich vermessen zehn mal 13,8 dachte dachte ich war super was machst du da wieder mit und dann habe ich aus diesem maß schon mal gleich das hier gemacht das sind also einfach vier mal schräg sogar aufgeteilt muss ich nicht mal viel messen einfach in den papierschneider legen ich gucke mal hier mein papierschneider ist natürlich schon wieder mit material belegt drehe ich mal um also in den papierschneider legen und so wie mir das in den kopf kommt eben einzelne elemente teilen machen wir jetzt mal so ich lege das jetzt und klick das nicht aber du siehst sofort wie das geht und schon habe ich meinen fehler beruhen nach dem motto das muss so schon hast du eine coole variante und jetzt kannst du weiter gestalten ja fehler kein problem dann hatte ich ja alles diese schnipsel wenn ich zugeschnitten habe auf zehn mal 14,3 wenn es korrekt läuft und mit diesen schnipseln habe ich mich dann an diese karten gesetzt also zwei varianten auch da wieder also natürlich noch mehr variante kannst diese schnipsel einmal so wie sie sind aneinander setzen auf die nächste karte designs die zusammen passen und schon hast du wieder ein nettes element oder du zerschneidest es in kleine quadrate setzt es mit lücke aufeinander vielleicht noch mal mit einer mattung drunter hast du auch eine variante und dann kommen wir auf diese ganze schnippelei die haben wir so schon oft gemacht aber kann immer noch weiter verwandelt werden abgewandelt werden dann siehst du hier schon die karten problemen drauf sind da sind ein zwei drei bilden dabei wo die blüten auszuschneiden sind das wäre die eine variante noch reden wir nur über designer papier und dann setzt du die wieder neu mit abstands klebepunkten auf und dann siehst du hier diese elemente und da kommen wir dann stempel set haben wir ja schon gesehen blüten sind die gleichen wie sie auf dem papier vorkommen auf dem designer papier dann kommen wir auch zu den stanzformen stanzmaschine hast du kannst natürlich hiermit noch wunderbar weiter arbeiten hier sind die firmen zum ausschneiden dieser blüten aber gleichzeitig auch zum ausstanzen der gestempelten blüten wetter sind dabei und so kleine filigrane blätter habe ich ja auch irgendwo untergebracht und dann sind die beiden stanzformen da ist einmal das element wo du einen kreis praktisch in dein papier stand so ganz das habe ich hier ins designer papier gestanzt und da werde ich gleich was rein stempel oder du nimmst den kreis stand ihn hast ihn dann auf einem farbkarton und schneidest ihn entweder oder hast du großen und stanzform für den kreis könntest du auch verwenden die idee und dann hast du diese gigantische stanzform also deswegen habe ich eigentlich gekauft bin ehrlich stand man aus wie man das macht habe ich in einem video schon mal gezeigt und ein paar tipps gebe ich dir im nächsten video oder vielleicht ist es auch schon gelaufen ich zeige wie du das effektiv auf deinem papier bringst ohne dass dir das so in die breite zieht und wieder zusammen sondern so ganz sauber hier drauf geklebt also ich sag nur klebebögen und maskierpapier zeige ich dir genau also das geht schon mal beiseite warum spreche ich heute eigentlich so schnell weil ich diesen wahnsinnig viel zeigen möchte und aber gar nicht sicher bin ob es dich interessiert schreibt mir das ob es dich interessiert also hier habe ich diese teile aufgeklebt unterschiedlich variiert mit blühen blümchen ausgestanzen oder ausgeschnitten hier sind auch die stanzteile für diese blätter fand ich machen sich da super vielleicht war es weißt du ja oder ist das mitgekriegt ich musste mal wieder das bett hüten man wird es auch noch ein kleines bisschen konnte ich alles im wett machen ganz ehrlich papierschneider und los gegen das klebstoff doppelseitiges abreißklebeband und los ging das so und jetzt zeige ich dir hier noch mal die skrips trip technik habe ich schon mehrfach gezeigt mosaik wie auch immer alle varianten du schneidest du hier raus streifen entweder so wie hier gleichmäßige streifen 1 cm oder du nimmst die schnippel die sonst noch so übrig auf dem arbeitstisch sind in unterschiedlichen breiten und setzt sie einfach verschieden aneinander verschiedene ideen dazu verlinke ich dir genauso da oben bei dem wo mein kopf sitzt genau hier alles kombiniert auf einer karte fand ich auch eine nette idee und wenn du jetzt mal durchzählst ich habe hier auf dem tisch also mindestens 24 karten schon liegen die zum teil fertig sind fast fertig sind das ist also echt effektiv so ein paket designer papier auch ohne den ganzen tollen firne fallen zu regens rum stand vor dem stempel setz und hast du nicht gesehen also ich finde kannst du richtig viel machen manchmal denkt man ja so viel material so viel sachen muss ich mir anschaffen es reicht auch schärchen papier papier schneider ist wichtig klebstoff paket designer papier und einfach loslegen hier habe ich die streifen nur ein stück aufs papier geklebt und am rand 1 cm streifen abgeschnitten den mittleren versetzt wieder angeklebt und so hast du dieses witzige mosaik design hier wäre das ganz flächig aber da wie gesagt kurze schnippel die noch übrig waren von einer technik stempel abdruck drauf und fertig ist das sollte die fülle schon mal so richtig um die ohren geknallt ich hoffe dir gefällt das und schauen ob ich hier noch was stempel also hier tausend dank werde ich nachher in die karten noch rein stempeln hier habe ich noch mit diesen satinierten losen akzenten in glas optik gearbeitet und die da drauf geklöppelt ich jetzt kommt der moment ich drehe mal um es hält geklebt habe ich mit dem präzisions kleber kann man machen letztens habe ich das mal mit den klebepunkten gesetzt war auch keine schlechte variante fand ich ja pfauen grün wir wissen ja sind ab hat für uns eine farberneuerung vorbereitet eine der neuen farben seien mit der arbeit ich hier mal das setze ich hier mitten rein wunderbar prima schon sitzt dort liegen dank und jetzt könnte ich natürlich wieder mit meinem präzisions kleber hier loslegen und da einfach pünktchen draufsetzen jetzt suche ich aber meine wie in diesem element moment also in der tisch zu voll es ist wirklich auch lecker wie hier jetzt suche ich eigentlich meine basics und wieder drauf zu setzen ja sie haben sich einfach verkrochen glaubst du also stell dir das einfach vor die wollte ich hier auf diese einige dieser pünktchen draufsetzen siehst du da sollten die an landen finde ich auch im witzigen effekt ich habe sie jetzt auch gefunden das ist nicht so dass ich es verschleppt hätte sondern ich sehe es einfach nicht ernst nehmen ist halt so man muss auch opfer bringen so und da fange ich mit den großen an aber nicht auf alle punkte sondern nur auf einige das ist wieder so was entweder symmetrisch oder völlig willkürlich dort jahren sie darauf geknüpft die kreise sind unterschiedlich groß also kannst du hier auch wunderbar mit unterschiedlichen punkten arbeiten und verschiedenen größen dort hier einfach wunderbar draufsetzen und schon hast du wieder das ganze sehr schön in szene gesetzt zeigt wir das mal vielleicht oben noch eben ja oben noch ein genau vielleicht hat sich auch einer verabschiedet das ist auch schön das könnte ja mal einer so außerhalb vom muster sitzen und mal aufpassen was man im richtigen moment aufhört merke ich gerade ja auch eine nette idee ja also ein paket designer papier im richtigen maß eingesetzt egal ob du dich verschneidest oder nicht du kannst es verarbeiten bis nichts mehr da ist und ich glaube das wären hier 30 35 karten ein mini album ich lege dir jetzt mal hier so schön dass du siehst was wirklich alles passieren kann wenn du einfach loslegst ja die elemente die ich hier ausgestanzt habe da müssen noch ein paar sprüche dazwischen und dann klebe ich hier noch eine runde weiter ach ja bei farbigen karten klebe ich natürlich genauso wie außen drauf das element in zehn mal 14,3 auch innen rein ein weißes in zehn mal 14,3 wenn ich hier außen nicht den spruch drauf haben möchte mache ich den innen rein und wenn ich eine verbindung schaffen möchte zwischen beiden stempel ich da einfach noch mal ein bisschen vor mich ja war es auch schon aber ich dachte zeige ich dir unbedingt du weißt ich war nicht untätig wenn das video kommt bin ich garantiert schon wieder fit wie ein turnschuh um meine stimme das waren meine ideen der tisch ist voll könnte das jetzt noch mehr ausbreiten mache ich auch schon gar nicht mehr auf mit ausbreiten damit du siehst wie effektiv so ein paket designer papier sein kann und ich habe hier immer noch was übrig das war's hier geht es weiter noch mehr ideen bleibt dran sehe dich in meinem nächsten video bis dahin